Es ist nicht weniger als ein Dammbruch bei der FDP. Monatelang, ja jahrelang stellte sie sich als Steuersenkungspartei hin. Und nun fordert sie auf einmal die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Was es damit auf sich hat und was es für Folgen hat, sehen wir uns jetzt genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal kurz die aktuellen steuerpolitischen Positionen der FDP an. Hinsichtlich der Debatte um den Inflation Reduction Act, der ja gerade in den USA verabschiedet wurde. Dazu gehen wir direkt mal ins Internet rein und probieren überhaupt erstmal das Papier, das neulich verabschiedet wurde. Und womit sich jetzt einige FDPler schmücken, im Internet zu finden. Denn das ist gar nicht so einfach. Ich habe hier mal den Titel bei Google eingeben. Ich kann das auch nochmal aktualisieren. Da passiert nicht viel leider. Und wenn wir uns jetzt hier, also das Handelsblatt hat darüber berichtet, das sehen wir hier. Da wird es auch zitiert. Und da ist dann quasi die Öffentlichkeit darauf aufmerksam geworden. Oder auch ich zum Beispiel. Und wir gehen mal auf die FDP-Seite. Vor zwei Tagen probieren wir mal zu finden, was da passiert. Da gibt es leider nicht viel. Das ist wirklich schade. Und auf anderen FDP-Seiten findet man das Papier nicht mehr. Das bedeutet, es wurde anscheinend irgendwie online gestellt. Aber dann gelöscht von dieser Seite. Und man kann jetzt hier über die ganzen News der FDP durchgucken. Machen wir jetzt nicht. Aber da gibt es das leider auch nicht mehr. Sehr problematisch. Auch aus so einer Demokratie-Perspektive. Weil der Handelsblatt-Artikel, der hier hat eine Paywall. Da fordern sie dann halt die Mehrwertsteuererhöhungen. Und auf deren eigenen Webseite findet man es gar nicht. Und traurigerweise hat die restliche Hauptstadtpresse auch nicht darüber berichtet. Was natürlich total problematisch ist aus demokratischer Sicht. Wenn über Lindners Steuerentlastungspläne breit berichtet wird. Aber über die Steuererhöhungspläne der FDP-Fraktion überhaupt nicht. Aber gut, wir haben Glück. Denn die Digitalkompetenz der FDP ist leider nicht so ausgeprägt, wie sie manchmal scheint. Denn im Cash gab es noch eine Version des Papiers. Und das sehen wir jetzt hier. Das ist auch tatsächlich hier noch mit der FDP-URL. Und das ist das offizielle Papier, was verabschiedet wurde. Was man nicht mehr öffentlich im Internet findet. Aber das Internet vergisst an dieser Stelle zum Glück nicht. Das sind jetzt zehn Seiten. Die werden wir nicht alle im Detail durchgehen. Aber ganz grob bezieht sich das halt, wie gesagt, auf die Antwort auf den Inflation Reduction Act aus den USA. Und da schlagen sie jetzt etliche Maßnahmen vor. Manche vielleicht ganz sinnvoll. Aber wir gehen jetzt mal direkt einmal ganz kurz durch. Da geht es dann hier um Freihandel und so weiter. Klimaneutrale Wirtschaft und viele unterschiedliche wirtschaftliche Bereiche. Bei denen ich auch ehrlicherweise sagen muss, da bin ich jetzt kein Experte in diesen Bereichen. Deswegen gehen wir direkt mal zum Bereich, der aus meiner Sicht auch der wichtigste ist. Weil da ist wirklich ein heißes Eisen drin, was sie da versteckt haben. Der siebte Punkt. Wir wollen die direkten Steuern, Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer senken. Interessanter Punkt. Weil wir wissen ja, dass die FDP sich immer auf den Koalitionsvertrag beruft und so weiter. Keine Steuererhöhungen, wenn überhaupt Steuersenkungen. Und jetzt sehen wir uns mal an, was die FDP jetzt hier über den Koalitionsvertrag hinaus noch so plant. Gehen wir mal direkt in den ersten Punkt rein. Dort analysieren sie, dass die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer zusammen manchmal 30 Prozent ausmachen. Und im internationalen Vergleich relativ hoch sind. In Kombination mit den Energiekosten und dem Fachkräftemangel die Unternehmen abschrägt. So weit, so gut. Kann man jetzt natürlich viel mehr im Detail reingehen, ob das denn jetzt so stimmt. Wie das mit den Energiekosten sich weiterentwickelt. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und infolgedessen schlagen sie vor, deshalb muss Deutschland dringend die steuerliche Gesamtbelastung von Unternehmen Nennenswerk senken. Dabei darf auch die Senkung der Körperschaftssteuersatz nicht tabu sein. Ist hier natürlich eine implizite Forderung, dass die Körperschaftssteuer reduziert werden soll. Was an sich natürlich schon ein FDP-Klassiker ist. Hat zur Folge, dass natürlich die Reichen reicher werden. Weil was machen Unternehmen mit nicht besteuerten Gewinnen? Erste Variante, sie schütten sie an die Eigentümer aus. Dadurch werden die dann reicher. Zweite Variante ist, sie reinvestieren sie. Woraus zukünftige Gewinne folgen. Was natürlich auch die Eigentümer im Endeffekt reicher macht. Dritte Variante, sie kaufen zum Beispiel Aktien zurück. Was auch die bestehenden Eigentümer dann bevorteilt. Da natürlich ihr Wert ihrer Aktie dann steigt. Also im Endeffekt profitieren von Körperschaftssteuersenkungen vor allem die Reichen. Und natürlich, wenn wir eine Schuldenbremse haben und dadurch Steuereinnahmen flöten gehen, reduzieren sich natürlich auch die finanzpolitischen Spielräume. Wenn dann irgendwo anders gekürzt werden muss, ist das natürlich auch schlecht für die Wirtschaft. Wenn zum Beispiel dadurch staatliche Investitionen ausbleiben oder Sozialleistungen, die ja relativ schnell wieder in die Wirtschaft fließen, ist das natürlich auch schlecht für die Wirtschaft, dieser Zusammenhang. Aber gut, gehen wir nochmal weiter, was sie hier weiter vorschlagen. Wachstumsfeindlich sind auch die hohen Grenzsteuersätze in der Einkommenssteuer. Bedeutet, wir haben ja bei der Einkommenssteuer Grenzen, wo dann ein höherer Steuersatz gilt. In der Mitte haben wir keine Grenze, sondern halt quasi einen progressiv steigenden Steuersatz zwischen den beiden Punkten. Immer wenn man ein Euro mehr verdient, dann zahlt man halt einen höheren Grenzsteuersatz. Also zum Beispiel jemand, der im Eingangssteuersatz ist, der zahlt dann 14% auf den zusätzlichen Euro an Steuern. Und jemand, der halt ganz oben ist beim reichen Steuersatz, zahlt 45%. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, auch verhaltensökonomisch natürlich, wie hoch ist der Arbeitsanreiz bei 14% und bei 45%. Klar ist der Anreiz dann bei 14% noch höher, wobei es natürlich umgekehrt 1 Euro mehr verdient bei jemandem, der 250.000 Euro verdient, ist relativ leicht, weil der wahrscheinlich dann einfach nur ein bisschen besser seine Gehaltsverhandlungen führen muss und der bei 14% muss länger arbeiten. Also es ist natürlich auch ein bisschen, ist noch komplexer, als es jetzt scheint. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel jemand in Teilzeit mit einem Durchschnittsgehalt dann irgendwo einen Grenzsteuersatz von 20% hat ungefähr oder 25% und dann ist es natürlich entscheidend, ob der sich überlegt, hey, stocke ich noch weiter auf meine Stunden und wie viel wird dann wegbesteuert. Das ist natürlich verhaltensökonomisch total relevant. Und da kommt es natürlich darauf an, auch wie viel arbeiten Leute und auch hinsichtlich des Fachkräftemangels, den die FDP hier bemängelt, gibt es da gute Argumente für, diesen Mittelstandsbauch in der Mitte ein bisschen abzuflachen. Und daraus resultieren natürlich Steuermindereinnahmen. Wenn quasi die Mittelschicht weniger Steuern bezahlt, was ökonomisch ganz sinnvoll wäre, auch aus der verhaltensökonomischen Sicht, wie gerade erläutert, dann muss man natürlich die Steuereinnahmen irgendwo anders herholen, wenn man quasi keine Schulden machen will und die Steuererhöhung für Reiche blockiert. Aber wir sehen erstmal weiter, weil die FDP hat da auch für Vorschläge. Was jetzt relevant ist, ist der letzte Punkt hier. Der hat es wirklich in sich, dazu habe ich auch etliche Tweets auf Twitter gemacht. Wer da auf dem Laufenden bleiben will, kann da gerne auf Twitter folgen. Da gibt es dann immer den FDP-Unsinn direkt zeitnah kommentiert. Aber sie schreiben hier, der verschärfte Standortwettbewerb erfordert auch, über aufkommensneutrale Anpassung der Steuerstruktur nachzudenken. Aufkommensneutral bedeutet erstmal, dass sich nichts verändert. Also keine Steuermehreinnahmen effektiv und keine Steuermindereinnahmen effektiv, sondern dass es direkt gegenfinanziert wird, wenn man so will. Deshalb wollen wir in dieser Legislaturperiode Vorschläge erarbeiten, wie wir die Einkommenssteuer strukturelle Verbesserung erreichen können, auch um wachstumsfeindlichen hohen Grenzsteuersätzen bei der Einkommenssteuer zu senken. So weit, so schön. Die Frage ist natürlich, wo macht man diese Aufkommensneutralität? Wo stellt man die her? Die können wir natürlich herstellen, indem man zum Beispiel den Höchststeuersatz ab 250.000 Euro Einkommen den erhöht oder einen zweiten reichen Steuersatz einführt bei einer Millioneneinkommen mit 50% oder eine Vermögensabgabe. Hier muss man natürlich darauf achten, was sind dann Bundessteuern und was sind Ländersteuern. Aber das ignorieren wir jetzt mal für den Moment. Aber natürlich gibt es da viele Spielräume, um quasi steuerpolitisch das Aufkommens neutral zu gestalten. Sie schlagen jetzt hier aber vor, dies könnte durch höhere indirekte Steuern, weniger Ausnahmen bei dem normalen Mehrwertsteuersatz und ein Abbau fragwürdiger Steuerermäßigung gegenfinanziert werden. Das ist alles bemerkenswert, denn das trifft vor allem die Ärmsten. Wenn wir jetzt mal die Steuerbelastung angucken, gemessen am Einkommen, dann sieht das ungefähr so aus. Da habe ich hier mal eine Grafik, das ist der Wahl in der Badewanne vom DEW, Stefan Bach, eine ganz berühmte Grafik, sehr empfehlenswert, die immer vor den Augen zu haben. Da ist quasi nicht die Steuerbelastung in absoluten Zahlen abgebildet, sondern gemessen am Einkommen. Weil zum Beispiel die Ärmsten, wo meine Maus jetzt ist, ganz unten links, die zahlen kaum Einkommenssteuer logischerweise. Die zahlen vor allem Mehrwertsteuer. Und die Reichsten, die zahlen kaum Mehrwertsteuer, weil sie konsumieren zwar mehr, klar, aber die Einkommenssteuer und die Unternehmenssteuer hauen viel mehr rein bei der Umverteilung als die Mehrwertsteuer. Deswegen ist es auch total unsinnig, über Verbrauchsteuern, indirekte Steuern umzuverteilen. Man muss immer über direkte Steuern umverteilen. Und die FDP offensichtlich möchte hier indirekte Steuern erhöhen und direkte Steuern senken. Deswegen habe ich hier auch die roten Pfeile eingezeichnet. Den schwarzen Bereich möchte sie erhöhen für die Armen und den grünen Bereich, türkisen Bereich, möchte sie reduzieren für die Reichen. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was hier der Plan ist. Genau, dann gehen wir nochmal die Bereiche durch, indirekte Steuern. Damit muss die Erhöhung der indirekten Steuern, damit muss praktisch die Mehrwertsteuer gemeint sein. Weil sonst, wir haben zwar noch ein paar andere indirekte Steuern, Kaffeesteuer, Mineralsteuer oder so, aber ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Und das würde auch vom Aufkommen jetzt keinen wahnsinnigen Unterschied machen, um da wirklich nennenswerte Steuergewinne einzufahren, um den Mittelstandsbauch abzubauen. Dann weniger Ausnahmen vom normalen Mehrwertsteuersatz. Da kann dann zum Beispiel was mit gemeint sein, wie zum Beispiel, dass irgendwelche bestimmten Güter bei 7% statt 19% sind, irgendwie Maulesel oder sowas. Da gibt es ganz viele verrückte Beispiele, die jetzt nicht zum lebensnotwendigen Bereich gehören, die halt aber steuervergünstigt sind. Das könnte damit gemeint sein. Aber es könnte natürlich auch damit gemeint sein, dass der mäßige Steuersatz für Lebensmittel abgeschafft wird. Das ist jetzt hier weit interpretiert, aber wir sehen gleich noch ein Beispiel, wo das expliziter ist. Das hätte natürlich wahnsinnige Folgen. Wir haben noch ein Beispiel von Max Morthorst, FDP-Hinterbänkler im Finanzausschuss, macht also auch Steuerpolitik. Und der gibt auf Twitter offen zu, dass es eine Diskussion über einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz gibt, der bei der FDP geführt wird. Einheitlicher Mehrwertsteuersatz bedeutet, wir haben jetzt einen Normalsatz und einen ermäßigten Satz. Da gibt es auch von der EU etliche Fortschriften, wie zum Beispiel, dass der Normalsatz mindestens 15%, der bei uns 19% ist, betragen darf. Und der ermäßigte Satz, der bei uns 7% ist, mindestens 5% betragen darf. Und wenn wir jetzt quasi einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz haben, dann bedeutet die 7% gehen auf 19% hoch. Könnte man natürlich dann auch ein bisschen senken, aber es bedeutet auf jeden Fall erstmal eine fette Steuererhöhung Steuererhöhung bei lebensnotwendigen Bereichen wie Lebensmitteln. Und das hat natürlich Folgen. Weil, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Lebensmittel noch teurer werden und dass auch die Inflationsrate natürlich nach oben schnellen lässt, das ist nicht nur sozial natürlich eine Katastrophe, sondern auch ökonomisch eine Katastrophe. Weil damit haben wir die ganzen negativen Folgen, die wir so auch schon mit steigenden Preisen haben. Erstens, die Kaufkraft geht zurück von den Menschen, ganz klar. Das Geld können sie dann nicht mehr woanders ausgeben. Dann haben wir die Begleiterscheinungen von der Inflation, die schlecht sind. Indexmieten zum Beispiel, da habe ich neulich ein Video drüber gemacht, dass wenn die mit der Inflationsrate steigen und wir die Inflationsrate künstlich hochballern, dann sind natürlich auch die Mieter ein bisschen angearscht. Dritte Nebenwirkung sind die Leitzinsen, die erhöht werden, weil natürlich dann die EZB sich denkt, okay, die Inflationsrate ist zu hoch, wir müssen sie runter und deswegen erhöhen sie die Zinsen. Und das hat natürlich ganz andere problematische Nebenwirkungen, dass weniger Kredite vergeben werden, dass vor allem die kapitalintensiven, erneuerbaren Energien geschwächt werden und so weiter und so weiter. Alles kompletter Humbug und die FDP ist hier anscheinend wirtschaftspolitisch komplett auf dem falschen Trip und will halt zu den neoliberalen 80ern zurück, wo sie die Steuern für die Ärmsten erhöhen und die Steuern für die Reichsten senken. Also es ist wirklich unfassbar, was hier passiert. Aber gut, was soll man mehr sagen? Anscheinend war die Aussage, dass es keine Steuererhöhung mit der FDP gibt, nur für die Reichen gemeint und nicht für die große Mehrheit. Denn wenn das hier Realität werden sollte, dann gibt es eine Steuererhöhung und zwar eine fette Steuererhöhung für die große Mehrheit. Aber gut, bleibt uns nur die Möglichkeit dagegen, politisch aktiv zu werden. Und natürlich wäre die progressive Alternative, anstatt Lebensmittel künstlich teurer zu machen, Lebensmittel günstigerer machen. Weil seit letztem Jahr gibt es eine EU-Regelung, die besagt, dass man zum Beispiel Lebensmittel oder auf Lebensmittel die Mehrwertsteuer streichen darf. Deswegen sind jetzt hier die beiden Extremen, sage ich mal, ziemlich offensichtlich. Einerseits FDP, Lebensmittel teurer machen und dann auf der anderen Seite die progressive Position, Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln oder bei Grundrahmungsmitteln streichen, Lebensmittel günstiger machen. Das ist natürlich schon eine krasse Polarisierung. Mal gucken, wo das hinführen wird, ob sie sich damit in der Ampel durchsetzen werden. Die FDP, leider wird von den Ampelpolitikern die progressive Variante, auch von Grünen und Sozialdemokraten, nicht in dem Maße verfolgt, wie es wünschenswert wäre. Cem Özdemir möchte zum Beispiel auf Obst und Gemüse die Mehrwertsteuer streichen. Jessica Rosenthal hat es auch mal gefordert. Das geht aber alles nicht weit genug und ist nicht mit der Vehemenz leider und auch mit der Durchsetzungsfähigkeit in der Ampel jetzt nicht die Perspektive, glaube ich. Eher ist die Gefahr, vor allem weil natürlich die SPD schon mal eine Mehrwertsteuererhöhung mitgemacht hat, dass das wirklich kommt. Aber gut, da bleibt uns wirklich nur die Möglichkeit, da aufzuklären und dagegen politisch aktiv zu werden. Aber gut, falls euch diese kurze Einschätzung dieses Dambros gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den YouTube-Panal und schreibt einen Kommentar, was ihr über die Mehrwertsteuer denkt. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020